Auf der Gare. Bonjour, Madame. Bonjour. Ich hätte gerne alle drei Jahre in Basel, wenn ich gläuft. Wen ich will hier fahren? Moi, die Mäuer gehen zu Ardauer. Leider, ich hätte hier keinen direkten Zug. Das möchte ich nicht. Wie Tage muss ich dann umklammen? Zweimal. Einmal zu Metz und einmal zu Straßbüsch. Die hat alle Körst 10 Minuten abgeholt. Das ist aber knapp. Und ein Buss ist mir frei. Da geht er den um Feierlob 7, dann hat er einen Stand-Openthalt zur Straßbüsch. Das ist besser. Ich will ihn. Auf ihr zurück? Ich komme gehe sonnendisch den Abend gegen 6 Uhr zurück. Da geht er den direkten Schnellzug um Feierlob 6. Tipptopp. Dann will ich den. Wie viel kannst du billet? Ah ja, es ist schon eine Senior-Karte. Du kriegst schon eine Reduktion, gell?